Es kam zu der Zeit der DEFA-Augenzeuge auf diesem Sportplatz hier. Und da gab es DEFA-Augenzeuge im Vorspann vor dem Film im Kino, immer so einen Vorspann Sport im Blick oder Sport. Und da haben sie uns aufgenommen und da wurden drei Minuten, vier Minuten Sport mit Detlef Schneeweiß, Detlef Dehling damals noch, als Trainer dieser Frauenmannschaft gezeigt. Noch ist es Training, aber bald wird es sicher auch um Punkte gehen. Einheit Treptow hat eine Damenfußballmannschaft aufgestellt. Mannschaft? Naja, da werden wir uns was ausdenken müssen. Der Damenfußball hat überall in der Welt begeisterte Anhängerinnen gefunden. Und Anhänger natürlich. Denn der Trainer ist vorläufig noch ein Mann. Vorläufig. Es muss nicht so bleiben. Schließlich braucht ein Damenbein nicht schwächer zu sein als ein Männerbein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017